Ok, Genji ist ok. Ok, er nimmt Schaden, dann nehme ich Heal, dann nehme ich ihn hier. Oder ist das egal, ich nehme einfach mal eine Runde, wenn es gut klappt dann... Ja, mit der muss man halt voll aufpassen. Das ist squishy wie scheiße. Soll ich mal die Soraka unter... oder die Sona noch dünner. Dann wollen wir dich mal zusammenficken. Ich bleibe mal beim Genji, weil du ist tanky genug. Ja, eben gerade deswegen könntest du auch bei mir bleiben. Eben. Die haben Sorgen schon. Von hinten? Ne, 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 ne. Nice. Nice. War doch gut, dass du bei mir geblieben bist. Also, du hast mich gehealt. Sonst könntest du mich keine Ahnung. Und ich hab dich dann noch mit Creme... wie heißt das? Mit Creme Fresh. Mit Creme Fresh unterstützt. So muss das mit Creme Fresh. Von Fire, Junge. Ich kann auch keinen anderen Healer spielen. Daher muss ich die dann nehmen. Ich hab einen Lieblings... ich geh immer den Schnee weg. Ich weiß nicht, warum. War vielleicht meinmal JUST Rudyähän. Oh ne, du kannst mir nicht confladen gehen. Das weiß ich... soo oder soo Hey? Er ist tot, weil er vorne noch ist Oh, das war's dir im Bastion Wir dürfen da nicht hin Ich muss jetzt warten, bis ich voll live bin Ich komme von hinten Ich habe Ulti Ich könnte ihn reviven, wo ist er denn? Ja, ich hab ihn Ich muss jetzt irgendwie ja im Bastion ran Am besten Ja! Ja! Wir müssen den Zartan besiegen Bist du fast down? Ja, komm zu mir, komm zu mir Nice! Gewonnen Boah, ich hab ihn zum Glück wiederbelebt Nice, Bro We got this We got this shit This shit is aus Locker easy Locker flugger Der Support in dir ist stark Ja Der Support in dir ist stark Ja Wui Ja Ernähre dich Okay, weiter geht's Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf Don't die, Bro Ja Wir müssen wieder an den Sneakern irgendwie Wurde 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 So, only Bastion kann nichts machen Wenn er es schlau anstellt Jetzt ist er zu spitzleistung entfällt So jetzt hat er gefaillt Ja dass ich dir nicht muss hinstimmen dürfen Scheiße Der hat doch echt gefaillt Du kannst aber um die Ecke laufen und Ja Sehr gut Guck mit Mercy habe ich einfach so viel tanking Und dann können sie mich alle mal Mit dem Weihnachtsgänger Guck mal genau mit Der leuchtende Hase Nice Oh Platsch Platsch einfach Platsch Er ist da Komm ran und Platsch Clean Sweep 3 2 1 Los Das sind die gleiche Das ist wahrscheinlich nicht so gut Widowmaker ist auch totaler Scheiße Die Haken Kauderweil Ach tot Was? Egal ich hab einen Einen mit dem greifen darf Ja ich... Ich dachte ich werde hier Oh ich war Was ist das? F**Tiger Blitzcrank Man nennt mich auf Route Road God Soldier Boy Wo sind die Bitches? Die sind rechts glaube ich Die Bitches sind rechts Oh oh, sehr klar. Wir müssen uns was ausdecken. Wir kommen von hinten. Rechts radikal. Ja, die haben deine Geschütze aufgebaut. Richtige Snitches. Die müssen einfach von allen Seiten kommen. Die Keeler? Die haben keine Keeler. Also einfach nur Damage. Einfach mit deinem Fairlandtack gedamaged. Ach scheiße, er hat mich gestumpt. Boah, unser Slimepacker kann nichts. Ja, boah. Woher kommt der? Nice. Voll hier. Der ist noch da, Reinhardt. Ich glaube ja nicht. Scheiße. Ah, das war bad luck. Okay. Was? Schade, das war das einzige was du machen konntest. Ich muss mir eine andere Taktik überlegen. Ich komm gerade nicht klar. Ich nehme wahrscheinlich wieder Healer. Das hat besser gelöst. Wenn sie nicht diesen fucking Slimeer nehmen würde, mit dem sie nichts kann. Oder eher. Ja. Guck, siehst mein Tag. He. Los, helfe ich wieder aus. I-Mail organization mit meinem Team. Ich weiß nicht, dass er ein Team erschrebt, oder der quarrel Wenn sie jetzt schreibt oder? Schrofft? Du allst die zrenten optimieren! F-W-W-W-W-W-W-W-W. ...w-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Wie er ist von der Schicks! Say, sie verkauft, ich kann eine Sorge mit dein Leben. Sie kann nicht heilen. Ich kann nicht heilen. Gute um Raker ist immer noch öffn gefahren Das ist Feinrock Okay, andere Taktik Scheiße Nice Oh scheiße, wer ist denn noch da? Weinhard und Und der, wie heißt der? Der andere McCree Ja, McCree kill ich Komm von hinten Sauber Wo hab ich hier? Oh Wo ist mein Geschütz? Wir machen jetzt zu zweifelig Die haben noch ein Geschütz? Achso, das ist noch von Jörn Ich sehe Oh Scheiße Nice Jungs High Five Punkt, der Stand Winomaker ist auch offline gegangen Also aus Echt? Der ist rausgegangen Ich hab den neuen bekommen Nevermind Solorm ist gecarrot Das ist einfach diese Reflexe, wo deine Mama schon Nicht wusste, wo die Hacks Ich dachte, ich denke jetzt war es ein Zufall Aber unterbewusst war es einfach nicht klar Oh Mann Bin ich gestorben? Ich weiß nicht Ich kann dich gleich wiederbeleben Nein doch nicht Ich wurde getrollt vom Spiel Alter Soldier kann ja gar nichts Schieß doch mal Aber du machst das gut, du machst das gut Ich versuch nur genug Mana zu sammeln nach Mana Nice Nur noch McCree Pass auf, dass McCree dich nicht killt Oh Mann Jetzt geht's ab Jetzt fühl mich wie so'n Stormtrooper Ey Du schaffst das Es ist nur noch der Freak da Facht gar keinen Schaden Ich hab große Pläne mit dir Seid dich im Geschütz voraus Pass auf Du bist aber 60% Bald kann... Pass auf das Geschütz Nein Schöner Und die Lootbox! Oh yeah! Mad Murphy gekillt! Ich fand das... Er war auch so schlecht, er hat sich die ganze Zeit gezeigt. Ich bin im Kreis um ihn rumgelaufen wie so ne kleine Ameise. Der war auch echt gesuckt. Nice! Ooooooh! Kein Hanzo, please! Dann muss ich wohl hier... ...von wir nichts machen. Och, Hanzo... ...gesuckt. Spät. Vor allem haben alle den hässlichen gleichen Scan mit dem sie treuen. Es geht schön! Ich finde es auch von dem Eigentameinfektion schön. Ich kann es gleich hin, von der anderen Seite kommen sie... Ui! Ich geh drauf hin! Ah, du bist ja hinter mir. Ja, sicher! Ich hab's auch. Oh, okay. Ah, ich bin Bodyguard. Und natürlich ist Hanzo auch schon tot. Ich kann es nun anders sein. Was haben wir noch? Demonsten. Soldier, ja, ich weiß. Wenn ich jetzt zum Beispiel 100% Ulti hab, dann kann ich das für die nächste Runde auch aufbewahren theoretisch, ne? Nein, kannst du nicht. Okay. Nice! Mach dir keine Sorgen um dein HP! Da! Oh! 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 Too much damage! Wir brauchen nur Russen! Wir brauchen nur Russen! Russen-Tracer auch? Ist etwas besser, ja. Ich muss aber hier gehen, weil Tracer so viel Leben hat wie... So! Ein Stück Fleisch! Ein Stück Fleisch! Hm, keiner spricht leer und keinen Schnabel hat. Dann wollen wir dich mal zusammenflicken! Oh, die sind wie auf der Mannschaft! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Was? Halte Dinge von Leid! Nicht! Macht los! Dankeschön! Dankeschön! Okay! Ich muss neu laden! Nein, auf mich! Oh! Ich seh nichts mehr! Kill! Sehr geil! Boah! Ich dodge! Dich, die dodge! Merci Boss-like Oh die sind... die... die... Wo ist der Vogel? Oh... Schwer... Hard... Hard... Gehealed... Klaftsass, ich geb ihm immer mehr Damage Klaft geklaft Das heißt, bloß der Vogel stirbt, könnte ich ihn noch wieder beleben So... So... Nummer 1 Ich fühl mich echt wie... Drawn und McDonalds Eine Strahle aktiv Schadenfuß aktiv Schadenfuß aktiv Schadenfuß aktiv Aus dem Weg Ach ja das war die Ulti Schadenfuß... Okay... Schadenfuß... 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 Echt... Sie ist ohne Rüstung Oh... Ich kann nichts ohne Rüstung Shit... Ich bin schnell... Siehst du runter... Du siehst hier auch, ne? Ja... Schaut einfach nur ab... Ja, ja, weil sie will ihre Rüstung wiederbekommen Ich hab ihren Teleporter gefunden Noch 30 Sekunden Ja, nice... Boah, dieser Pull, alter... Dieser, ich spring jetzt und Pull und klack Wie viel Reichweite hat der Pull eigentlich? Ich weiß das nicht... Bis zum Mond und zurück... Godllah... Oh, Matchpoint... Ach ja, wir führen 2-1, haben wir da jetzt Hm... Der Plustervogel ist fahrrecht Oh... Er lenkt aber gut ab Oh, ein Plustervogel... Schadenfuß... Arsch... Ich sterben, ich hab noch keine Ulti Oh mein Gott Die haben auch jetzt ne Mercy Die haben auch jetzt ne Mercy Wo seid ihr? Oh, ich bin tot Scheiße, okay... Das Game ist von unten Weil die haben auch jetzt ne Mercy Irgendwie macht unser Soldier gar nichts Der läuft nur rum und köttelt Der snipet Ja... Grad... Grad eben auch Alter, der lässt sich richtig alleine im Kampf Ihr müsst zusammen rumlaufen, oder so kann man hier gewinnen Wer guckt von unten zu und kann dir gar nicht helfen? Wer guckt von unten zu und kann dir gar nicht helfen? Mit Flustervogel können wir nichts machen Sollte es uns vorher einen Button geben, um jemanden zu kicken Wenn du stirbst, ist es over Ich geh mal ab Wir müssen Gegner Mercy killen Wenn ich die krieg, die ist easy dead Jetzt geh in die andere Richtung, Mann Ist doch kann ich Doch der Zwickler zur Stelle Was schaffst du? Was schaffst du? Was schaffst du? Wurde weggepullt! Ich kann dir nicht mehr helfen Du bist auf dem Goldblink gekickt Oh, du bist wieder da Nice Das könnte man nicht kriegen Puh, Scheiße Ich hab' gerade mal ein bisschen extra damage Ach, so jetzt, komm her Gut weg, cool Du bist wieder hochzukommen Wo tut's denn weh? Komm mal kurz in meine Reiche Ich seh' dich Nice Stirb, 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 Stirb Stirb, Stirb, Stirb Dieser Plustervogel Kühner Stirb Tint Stirb Kühner